Liebe Rubbelfreunde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen aus dem Kasseler Bergpark. Alle paar Monate verspüre ich ja immer so ein bisschen den inneren Drang, mal wieder einen Vlog zu drehen. Und jetzt ist es wieder soweit. Mit einem Unterschied, es werden mehrere Vlogs hintereinander präsentiert. Ich nehme euch einfach mal so ein bisschen mit in das royale Leben, in den Alltag des legendären Rubbelkönigs. Ungeschönte und ehrliche Einblicke könnt ihr erwarten, denn der royale Alltag ist natürlich nichts für schwache Nerven. Ohne weitere Erläuterungen steigen wir jetzt einfach mal ein und ich hoffe, ihr habt Spaß, denn ich hatte Spaß. Die Ereignisse überschlagen sich und das schon gleich im ersten Vlog. Ihr seht jetzt gerade vor euch den Rubbeltisch und auf dem Rubbeltisch liegt ein schöner Briefumschlag. Es ist eine schöne Sendung an den Rubbelkönig. Ich habe natürlich schon reingeguckt und ich freue mich ganz besonders, diesen Inhalt gleich mit euch gemeinsam nochmal unter die Lupe zu nehmen. Ich finde es grandios und ich hoffe ihr auch, aber da bin ich eigentlich froh und mutig, dass ihr das auch feiern werdet, Rubbelfreunde. Und den Rubbeltisch, den seht ihr auch gerade in seiner ganzen Pracht. Ich habe da so zwei Ständer bzw. wie nennt man das nochmal? Füße, nennt man es glaube ich auch nicht, sondern so zwei Dingers, die rechts und links vom Tisch sind, die den halten. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Austarieren und checke in welcher Art und Weise ich den Rubbeltisch am besten in Szene setze. Die Holzplatte habe ich gekauft, dann so abgefeilt bzw. halt glatt gemacht und dann gestrichen. Das sieht eigentlich ganz schön aus, gefällt mir in den Videos auch gut. Aber das mit dem Rubbeltisch war nicht die zweite brandheiße Neuigkeit, Rubbelfreunde. Nein, ich habe mich verletzt am Auto, Rubbelfreunde. Ich habe mich hier der ganze Nagel bzw. ein großes Stück am Nagel hier ist eingerissen. Ich habe ein Pflaster drüber geklebt, denn das sieht wirklich nicht so lecker aus. Und dann würde ich sagen, nehme ich meine Hände bzw. die neuen Finger, die noch funktionieren und gehe einfach jetzt mal an die Einsendung ran. Die gewohnte Haltung am Rubbeltisch wurde eingenommen. Ich sitze wie ein Fels in der Brandung und bin jetzt bereit, euch den Inhalt hier zu präsentieren. Zack, Rubbelfreunde, was haben wir denn hier? Angeschossene Eichhörnchen von Felix Bürkle. Gedichte, denkt ihr euch jetzt sicherlich. Was soll denn das sein? Genau das gleiche habe ich mich auch gefragt, Rubbelfreunde. Das erste Detail, was uns detailversessenen Rubbelfreunden natürlich sofort auffällt, ist, das fand ich sehr süß, wir haben hier ja ein Eichhörnchen drauf und der Schwanz vom Eichhörnchen stellt hier so eine Haselnuss dar. Das fand ich sehr süß und was dem geneigten Rubbelfreunden noch auffällt, ich habe hier so ein bisschen Fettfinger, deswegen hinterlasse ich hier so Abdrücke. Das ist nicht so schön. Ja, Rubbelfreunde, das ist ein schönes Buch mit Gedichten. Da denkt man jetzt erstmal, was hat das mit dem Rubbelkönig zu tun? Haben Zebrastreifen Liebeskummer? Träumen Salzstreuer süß? Das fand ich schon sehr witzig. Und fühlen sich Schubladen ausgenutzt? Hm, hier ist ja anscheinend noch ein Brief drinne und den werden wir uns jetzt mal durchlesen und der bringt sicherlich Erleuchtung. Lieber Rubbelkönig, verehrteste Rubbelkönigin, heute habe ich ein etwas anderes Geschenk für euch, das auf den ersten Blick nichts mit Rubbellosen zu tun hat, auf den zweiten jedoch umso mehr. Und da hat es bei mir schon richtig gekribbelt, Rubbelfreunde. In meinem kürzlich erschienenen Gedichtband, Angeschossene Eichhörnchen, findet sich ein Text über einen Mann, der gerne lose rubbelt und dabei von seiner Frau in den Schatten gestellt wird. Da wusste ich erst gar nicht, was gemeint ist, bis ich dann halt weitergelesen habe. Ihr ahnt es schon, niemand anderes als eure Exzellenz hat mich dazu inspiriert. Okay, habe ich gedacht. Naja, ich war ja schon dominant in den Duellen, muss man sagen. Ihr findet das Gedicht unter Rubbellose im Inhaltsverzeichnis. Es würde mich freuen, wenn ihr den Text mit allen Rubbelfreunden in einem Video teilen würdet. Gerade in den aktuell schweren Zeiten lächzt das Rubbelfolk nach Unterhaltung, der die Justizerei nichts entgegensetzen kann. Hochachtungsvoll, Felix. Ja, Felix, lieber Rubbelfreund, Dankeschön. Das waren ja schöne Worte. Vor allen Dingen mit der Justizerei und dem Rubbelfolk. Da sprichst du mir aus dem Herzen, kann man da denke ich sagen. Und, Rubbelfreunde, was sagt ihr dazu? Ein Gedicht über den Rubbelkönig, wie er die Rubbelkönigin im Duellblatt macht. Das hört sich ja wirklich interessant an und da müssen wir doch sofort mal reinlesen. Die Gedichtvortrageskills aus der Schule muss ich ein bisschen auffrischen. So, hier haben wir Vorwort. Also, dass ein Rubbelfreund hier wirklich so ein richtiges Buch rausbringen, das ist ja unglaublich. Sogar mit einer ISBN-Nummer. ISBN-Nummer, weiß ich noch, aus der Schule. Welche ISBN-Nummer hatten das, Herr Lehrer? Da mussten wir uns ein Buch bestellen, was die empfohlen haben. Also, sehr unglaublich. Gedichte frei in der Form. Inhaltsverzeichnis. Hat der Felix was von dem Inhaltsverzeichnis gesagt? Ja, ne? Ist das vorne oder hinten? Was hat der Felix denn gesagt? Hinten ist es. Ach, ich Dummerchen. Rubbellose, Rubbellose, Rubbellose. Da haben wir hier Rubbellose, Seite 112. Dann blättern wir auf die Seite 112. Und tada, was sehen wir hier? Rubbellose. Das ist schon schön. Diesen Strich hier. Gruß geht raus an die Rubbelkönigin. Die hat mit ihrem Nagellackfinger hier den Strich reingemacht. Aber naja, die hat das nämlich auch schon gelesen. Der muss sich das umgehend zeigen, weil er so cool ist. Rubbellose, ich trage jetzt hier euch mal schön das Gedicht vor mit meiner Gedicht-Vortragestimme. Rubbellose, den Herrn priest zum Danke, der Herr von der Tanke. Denn Dutzende Lose und auch eine Rose vermehrten die Scheine, der Kasse welch reine und reichliche Freude im Kraftstoffgebäude. Zu Hause angekommen, der Käufer trennte gierig, die Kärtchen schon benommen vom großen Glück so schwierig. Doch nicht allein der höchste Preis, auch kleinere Gewinne, die machten ihn besonders heiß und schärften seine Sinne. So nahm er seinen Stapel Glück, zum Rubbeln noch vom Holz ein Stück und legte eifrig los, zu spielen jedes los. Das erste, einfach aufgebaut, erforderte die Sieben zum Siegen, leider schon versaut, hat sie nicht frei gerieben. Selbst das fünfte Los der Art, für ihn war eine Niete, mit seiner Hand am Zittern zart, er tauschte das Gebiete. Der nächste farbenfrohe Schein schien wohl nicht leichter, zwar zu sein, doch weckte schnell die Gier, die machte ihn zum Tier. Zu finden waren drei der gleichen Zeichen, die da optisch reichen, von dem Hufeisen zum Hasen und sein Herz begann zu rasen. Zehn von dieser bunten Sorte rieb er und manch hartes Worte drang aus seinem Mund wieder mal kein Pfund. Seine Frau, ihn scharf beäugend und das Scheitern frech bezeugend, übernahm das Kratzen zu dem Spaß der Katzen. Nun ein Geldsack war zu finden und zum Rubbeln überwinden, musste sie sich nicht, rot war ihr Gesicht. Es geht sogar noch weiter, drei Seiten wurden uns gewidmet. Schon beim ersten Spiel Versuche schlug ihr ein Gewinn zu Buche, der den Rubbelmann von Welt kläglich in den Schatten stellt. 20 Euro, keine Rente, doch bei Losen wie die Ente, die zu Zeiten eines Krieges zubereitet dank des Sieges. Ob nun Zufall oder Glück, ohne Königin kein Stück, dem König wäre gelungen. Sie rubbelten umschlungen. Ja, Rubbelfreunde, ist das nicht eine feine Sache? Ein Gedicht, das mir und der Königin, beziehungsweise der Königin und mir gewidmet wurde, so ein bisschen nacherfunden. Ich denke mal, es ist nicht so genau die Erzählung, wie es wirklich war. Hier in diesem Gedicht ist es ja so, dass die Königin da als strahlende Siegerin den Rubbeltisch verlässt. Ich bin natürlich Gentleman und sage, ja, das kann man schon so machen. Rubbelfreunde, ein Gedicht, unglaublich. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Es ist unglaublich, wie der Felix das hier schön in Worte gefasst hat. Ich finde das genial. Was sagt ihr denn dazu? Also ich bin großer Fan hier von dem Gedicht, muss ich echt sagen. Unglaublich, 20 Euro, keine Rente, doch bei Losen wie die Ente, die zu Zeiten eines Krieges zubereitet dank des Sieges. Ja, wieder mal kein Fund. Also hier habe ich mich schon sehr, sehr ernst genommen, beziehungsweise wahrgenommen gefühlt, dass ich hier schwer am Rubbeln bin. Ich brauche die Sieben oder was noch, Hufeisen zum Hasen und ich gewinne bei keinem einzigen los. Das ist schon, ja, der Wahrheit nachempfunden, kann man sagen. Unglaublich, Felix, mein lieber Rubbelfreund, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gedicht und dass du mir dieses Buch zugeschickt hast. Ich werde mir die anderen Gedichte auch nochmal durchlesen, so vorm Schlafengehen im Bettchen mache ich das, wenn es mal passt. Weil anscheinend hast du da ja schon viel Talent. Sonst würdest du ja sicherlich kein Gedichteband rausbringen. Ja, Rubbelfreunde, das sind doch wirklich heiße Neuigkeiten gewesen. Unglaublich, dieses Buch, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Dann schauen wir jetzt mal weiter, was das royale Leben noch so alles bringt. Ich befinde mich gerade in der Vorbereitung auf den Rewe-Glückslost-Dreh. 35 Mal habe ich das Los organisiert, habe es schön auf den Rubbeltisch gelegt und ordentlich angeordnet. Für ein Thumbnail das Los zu organisieren, Rubbelfreunde, ich sage es euch, war gar nicht so einfach, denn man bekommt es ab 15 Euro Waren einkaufswert und der König hatte jetzt nicht so viel einzukaufen. Aber, Freunden und Familie, bin ich schön auf die Nerven gegangen und die haben mir das dann abgegeben, obwohl die natürlich selber heiß drauf waren, aber da hat der König natürlich Vorrecht. Das verstehen auch die meisten Rubbelfreunde. Ja, schönes Thumbnail habe ich gerade geschossen mit der Kamera. Die Kamera habe ich mir ausgeliehen, um einfach mal zu schauen, was ist mit so einer Kamera möglich. Ich kenne mich ja bestens mit meinem Handy aus, aber mit so Kameras, Videokameras, Fotokameras, Spiegelreflex und was es da alle gibt, kenne ich mich jetzt nicht gut aus. Da arbeite ich mich gerade ein bisschen rein und ich möchte euch einfach mal hier die Thumbnails zeigen, die ich hier geschossen habe. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe da mal so ein bisschen rumgespielt mit den ISO-Werten. Das hier ist zum Beispiel dunkel geworden. Das hat so einen gewissen, ja, krufti-Look, könnte man sagen. Das hier ist sehr, sehr hell. Aber es gibt auch, ja, das hier zum Beispiel, das ist doch gut geworden. Das könnte ich als Thumbnail nehmen. Ich denke, da erkennt man, was es geht. Das sieht gut aus von der Beleuchtung. Das ist ein bisschen dunkler, ne? Ja, ich finde da sicherlich schon eins. Das ist gar nicht schlecht mit so einer Kamera, muss man sagen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, denn ich werde es jetzt angehen und werde dieses Los 35 Mal aufreißen und schauen, was dabei rumkommt. Vor uns sehen wir jetzt die aufgerissenen Glückslose. Auf der linken Seite habe ich so einen kleinen Stapel gebildet. Hier liegen die Sofortgewinne. Auf der rechten Seite liegen die Hauptgewinnchancen Glückscodes. Die Glückscodes wurden sicherlich von den Rubbelfreunden schon vollumfänglich eingegeben, aber so war es ja auch abgesprochen. Ja, es war ein feiner Videodreh, muss ich sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, die 35 Glückslose aufzureißen. Ist ein sehenswertes Video geworden. Schaut es euch gerne an, denn da erfahrt ihr, wie viel Sofortgewinne wir hatten, liebe Rubbelfreunde. Ich werde das Video jetzt noch ein kleines bisschen bearbeiten. So viel ist es nicht, denn hier muss nicht gesumt werden und dann wird es hochgeladen. Das war es dann auch schon. Das Video ist wie gesagt draußen und da spreche ich eine klare Empfehlung aus. Schaut es euch an. Das war es dann mit der Rewe-Glückslos-Aktion. Ich weiß nicht, ob eine weitere noch kommt. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie viel Glückslose ich noch sammle, liebe Rubbelfreunde. Dann geht es jetzt weiter im Royalleben. Das Royalleben des Rubbelkönigs besteht natürlich nicht nur aus Luxus, Glamour, teuren Uhren und Yachten. Abseits des Ruhms gibt es auch Schattenseiten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Leider habe ich schlechte Nachrichten, liebe Rubbelfreunde. Eine Entscheidung darüber, ob ich wieder deutsche Rubbellose rubbeln darf und Einsendungen von euch annehmen darf, ist bislang noch nicht getroffen worden. Die Entscheidung wurde aufgeschoben. Um nochmal alle Rubbelfreunde abzuholen. Der ein oder andere weiß ja vielleicht gar nicht, um was es genau geht. Ich habe ein Verfahren anhängig wegen unerlaubter Werbung für Glücksspiel und darüber sollte eigentlich entschieden werden und zwar Ende Januar 2020. Leider bekam ich dann vier Tage vor dem Gerichtstermin Post, dass dieser Termin nicht gehalten werden kann und aus dienstlichen Gründen verschoben werden muss. Das ist für mich schon ein Hammer. Mich hat das Ganze jetzt so ein bisschen enttäuscht und ich bin da also ratlos zurückgeblieben. Das ganze Verfahren dauert ja jetzt schon einige Monate und es sollte endlich im Januar zum Abschluss kommen. Jetzt, drei Monate später, wird es erst zum Abschluss kommen. Das ist für mich ja sehr unbefriedigend und für die Rubbelfreunde auch, denn wir haben einfach keine Klarheit, ob es mit den Einsendungen weitergehen kann. Und deswegen muss ich euch immer leider sagen, Rubbelfreunde, gerade könnt ihr mir nichts schicken. Unabhängig davon, ob es deutsche Rubbellose sind, Rubbellose aus der Schweiz oder aus anderem ausländischen Rubbellosportfolios. Das ist da der aktuelle Stand. Kommen wir jetzt wieder zu was Schönerem. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Programmhinweis geben, liebe Rubbelfreunde. Ein kleiner Ausblick auf die kommenden Wochen. Am Sonntag kam das 15. Sonntagsglück. Legendär ist es angelaufen und das war vorerst das letzte Sonntagsglück aus der Schweiz. Schweiz Sonntagsglück pausiert ein wenig, liebe Rubbelfreunde. Dafür steht aber schon ein anderes Format in den Startlöchern und schadet schon mit den Hufen. Das Format kennt der ein oder andere Rubbelfreund sicherlich schon und wird sich hier auch sehr drüber freuen. Darüber hinaus wird es jetzt regelmäßig Vlogs geben und auf den Social Media Kanälen wie Insta, Facebook, Twitter werde ich aktiver sein und euch einfach mehr an meinem Leben teilhaben lassen, liebe Rubbelfreunde. Jetzt sind wir am Ende des ersten Vlogs. Schreibt gerne mal eure Eindrücke, eure Meinung in die Kommentare. Wie fandet ihr die Einblicke? Hat es euch gefallen oder gab es irgendwas, wo ihr sagt, nee, Rubbelkönig, also das geht so gar nicht. Das würde mich sehr interessieren. Rubbelfreunde, dann war es das von mir. Eine wichtige Sache am Ende noch. Bei den Vlogs ist es wie beim Lernen einer neuen Sprache. Da muss man einfach dranbleiben. Macht's gut. Vielen Dank.